moin moin liebe leute und willkommen zurück weiter geht's wie sieht es mit meinem fleisch hier aus ja es wird weiter angebraten das ist super schön okay mit den kürbissen da draußen aber tür mache ich mal zu die sind am wachsen was wirkt dann hier einmal kürbis ja alles kürbis ok ja dann geht es weiter mit der fleischjagd und die kürbisse fertig sind pack ich sie da rein und dann ziehe ich um dann wandere ich dazu dieser jagd ding da und in der zwischenzeit werde ich jetzt hier einfach ein bisschen weiter jagen wenn ich was für die flinte bekommen was gerade nicht so aussieht ja wo seid ihr denn alle alle weg alle ausgewandert ok da ist ein wolf den habe ich so ein wölfchen mit zwei fleisch drin oh ja was ist da denn los ach das ist ein wasserfall oh er ist runtergefallen mal gucken aber er ist noch da er liegt er ist nicht weggeschwommen wo sind sie die ganzen wildtiere wo sind sie wenn man sie braucht da ist ein bär oh warte mal den will ich jetzt mal mit der armen brust schon ein bissle weit weg oh was war denn das was war das denn für ein schuss ok ja ich würde mal sagen ich bin auf stufe 20 angekommen ich würde mir erstmal den bären hier kurz das war jetzt aber echt bisschen kurios ne aber nur ein kleines bissle kurios so warte mal jetzt habe ich ja talentepunkte wieder hier solo was haben wir denn hier mehr schaden widerstand zwar hier naja dann machen wir das sind fünf prozent schaden mit bögen und armbrüsten das ist wirklich schön so beim überleben bei der jagd ja klar bauen und kampf eigentlich auch wo war das gewesen mit mehr fleisch der erhöhte fleisch ausbeute beim häuten naja da muss ich erstmal hinkommen das heißt ich muss jetzt eigentlich warum darf ich den nicht dann nehme ich jetzt mal den da genau und dann darf ich den nehmen und dann komme ich dem nämlich näher wo was hat man in barang drei alles eigentlich arbeitungswerkbank verbessert deine fertig ums fähigkeiten mit einfachen werkzeugmaschinen das sieht natürlich auch sehr interessant aus hier ist natürlich gut und hier war ja auch irgendwo das ding gewesen warte mal da pistole schrotflinte oh ja das aber alles ab 25 aber da mache ich hier schon mal ein skillpunkt auf jeden fall hin betonhochofen elektronische geräte feldflasche feldflasche ist gut ja ja die nehme ich auch mal auf jeden fall kleine eisenkiste betonmischer fernglas jufel radar küchenflächer küchenflächer und kerfbogen da ist er okay ich habe den doch gehört das war gut reagiert glaube ich das war sehr gut dauerstofftank feuerlöscher feuerlöscher sieg oh gut das hört sich gut an bio kraftstoff tiefbohrer da ist er betriebener bohrer welcher in der lage ist tief unter der oberen erze abzubauen epoxid brauche da stahlbaren kupferbaren epoxid elektronische geräte warte mal ich mache den anklicken elektronische geräte epoxid epoxid elektronische geräte wo habe das epoxid stahlbaren ja den hier dem beton hoch ofen benötigte elemente epoxid okay epoxid ist das denn hier bei rang 2 oder was da bei rang 2 ist epoxid okay baumharz gott wie kriegt ein baumharz okay achso wow okay das ist natürlich schon mal wieder ein schritt in die weitere zukunft guck mal da ist noch mal eine höhle die ist sogar schon freigelegt guck mal rein genau hallo okay das hat sich für euch erledigt da eisen pack ich noch mal ordentlich eisen ein Seven billig üste k k k war k k Oh ja. Okay, nochmal zwei Stück. Oh, das ist eine etwas größere Höhle hier, ne? Das ist nochmal eine etwas größere Höhle, alles klar. Hier kann ich sogar ein Erzvorkommen reinpacken. Geil, oh. Also, ein Tiefbohrer, ne? Das Kupfer, nochmal Eisen. Ja, interessant, ne? Was hier so alles möglich ist. Ja, Stück für Stück muss ich mich hier echt ran arbeiten. Oh, das mit dem Fleisch wird nochmal so eine Sache werden hier. Oh, hier kommen Kürbisse. Pack ein. Ja, und wo heulst du rum? Nicht hier. Da ist noch ein Bär. Da wisch ich den von hier hier mal aus. Naja, natürlich nicht. Zu weit. Viel zu weit, natürlich. Na, jetzt. geht er da um die Ecke. Verdammt. Kein gutes Schussfeld. Na jetzt. Da kommt er. Oh, jetzt. Ah. Hm. Du kleiner Wicht. Ah, Essen. Essen. Ah, nee. Nee, Set. Ja. Konsumieren. Nee, Set. So. Zack, 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 zack. Dann haben wir ordentlich was zu essen drüber drin. Oh, warte mal. Wenn du eh schon hier festhängst, dann befreie ich dich mal. Hm, die ersten Köpfe sind schon fast wieder fertig. Das ist gut. So, da ist Feuer leer. Okay, Moment. Zack rauf, zack rauf. Da habe ich auch ordentlich Fleisch, ne? Schade, dass ich das ganze Fleisch nicht zu rohem Fleisch machen kann. Äh, gib mir mal Holz. Dann kannst du mal weiter anbrennen. Hier haben wir nochmal Fälle drin. Warte mal. Zwei, vier, sechs, acht, zehn. Das sind tausend Fälle hier drin. Äh, Leder. Ja, nicht Fälle. Ja, wenn ich das voll habe, dann geht's auch. Ähm, hier mal Knochen rein. Ja, ich mache mal hier das Restglieder rein. Okay. So, 140. Das heißt, 60 noch. Ich müsste mit der Ernte vollkommen fertig sein dann. Getroffen habe ich ihn. Das ist schon mal gut. Oh, guck mal her. Perfekt. Oh, verdammt, Alter. Gams geht immer, geht immer ganz gut eigentlich, ne? Zumindest öfters mal Fünferpäckle. Ah, schon wieder Fünferpäckle, ja. Die Gams, die ist ganz, ganz gut. Jo, dann wird es auch gleich schon wieder dunkel. Schon wieder 17 Uhr hier, ey. Subidubi. Oh, neues Vetter. Ein Sturm zieht auf. Ja, gut, ist nur ein Sturm. Zack. Du bist meiner. Und du wirst auch meiner. Und ich glaube, da ist noch das Kleine. Jawohl. Das ist vielleicht nämlich noch mit schnell. Ah, wo ist die Gams? Wo liegt's her? Du, ein Mist. Findet sie nicht? Die war doch da. Ah, ganz versteckt in dem Mond, krass. Na, das ist jetzt nur ein Sturm. Okay. Gleich drauf packen. Und das da noch drüber. Also Nahrung habe ich jetzt echt sehr, sehr viel. Wow. So, Moment, dann leg ich das Fleisch mal da rein. Meine Ernte. Ah, aber da kommen sie gerade, da kommen sie gerade, okay. Da kommen sie gerade. Okay, hier ist alles voll. Warte mal, kann ich die Knochen vielleicht und das hinpacken? Jetzt lassen wir das kurz reparieren. Das Messer reparieren. Schön. Schön, schön. Ja, kann ich auch hier gut, gut reinpacken. Okay, ich muss den Sturm kurz abwarten, ne? Die kann ich schon mal mit rausnehmen. 12. Na, 60 brauche ich ja. 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 Ja, das ist immerhin 40. 44. Ja, 16 Stück noch. Dann bin ich mit der Lieferung endlich fertig. Ah, das Ding mal ersetzen. Sehr schön, ne? Haben wir auch gleich eine neue Sauerstoffblase. Ja. Ja, da ist auch ordentlich, ordentlich am Schmelzen. Dam, 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 dam. Einmal Werkbank. Da ist die Bearbeitungswerkbank, genau. Epoxid noch. Kann ich die nämlich herstellen? Ja, da ist ein Holzschrank. Mh, wäre aber auch mal interessant, ne? Hier Kupfer, Nägel und Leder. Leder habe ich mehr als genug. Oh, jetzt geht es aber los hier. Von der Seite hat es mir noch einiges vergerissen. So, jetzt geht's mir noch ein paar puisqu초. Und jetzt geht's mir kommisch. Wobei we uno wie es los Allowstres gibt. Da geht's mir. Von der Seite hast du gesehen. Was ist mir w influencers Da geht's mir los. Ich bin kart. Meister. Es hier. Die Kartru raises Gott. Mh. Eicht. Es c 해서, Du soll dich, wenn es jemanden passiert. Ötletos Roman. Das ist mir da. D fertig, Warte mal da, einmal reparieren. Gut. Und auch schon wieder fertig. So, dann ist das auch schon wieder fertig repariert. Die Pfeile haben jetzt nichts abbekommen, ne? Okay. Nicht schlecht. So, ein Nickerchen machen, ab ins Bett legen, zack. Dann gucke ich mal hier draus. Oh, hallo. Nein, nicht laufen. Wenn du läufst, kriege ich die doch nicht mehr. Der braucht noch. Der braucht noch eine ganze Weile. Aber was sind die restlichen Kürbisse, ne? Okay. Also, wenn ich hier mal im Technikbaum gucke, hier, Rang 3, freigeschaltet. Ja, ist zumindest für heute was geschafft, ne? Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.